hallo mein name ist stefan und ich will euch heute das thema herausheben erklären bevor wir beginnen brauchst du noch papier und stifte wenn du diese beiden dinge nicht bereits vor dir liegen hast dann pausiere doch das video und hol sie dir bevor es jetzt losgeht möchte ich noch ein wichtiges rechenverfahren aus dem rechnen mit termen wiederholen dabei meine ich das ausmultiplizieren von termen weißt du noch wie das funktioniert hier ein beispiel zur wiederholung wir haben das beispiel dreimal klammer auf 2a plus 5 b klammer zu genau die zahl vor der klammer muss mit beiden summanten in der klammer multipliziert werden du rechnest also dreimal 2a plus dreimal 5b zusammen ergibt es dann 6a plus 15b falls du dich dabei noch etwas unsicher gefühlt hast schau dir den jeweiligen lernzyklus noch einmal an dafür habe ich dir das passende video in der rechten oberen ecke verlinkt nachdem wir jetzt die wichtigsten vorschritte wiederholt haben können wir uns dem eigentlichen thema des videos dem herausheben widmen beginnen wir mit einem beispiel das du sicher schon kennst überlegen wir uns zunächst den umfang des gezeichneten rechtecks für den umfang müssen jetzt alle seiten addiert werden der umfang lautet a plus b plus a plus b nachdem die variable a und die variable b zweimal vorhanden sind können sie weiter vereinfacht werden wir halten 2a plus 2b sicher ist dir die schreibweise zweimal klammer auf a plus b klammer zu auch bekannt dabei haben wir jetzt schon herausgehoben um das vorgehen besser zu veranschaulichen möchte ich mit folgendem beispiel fortfahren anna marie und thomas streiten immer wer wie viele duplosteine bekommt damit keiner der drei schlechte laune hat sollen die steine aufgeteilt werden wie können sie gerecht in drei pakete aufgeteilt werden genau du kannst in jedes paket einen blauen und einen roten duplostein packen dieses paket hast du dann genau dreimal dieser zusammenhang kann auch mit termen beschrieben werden mit b bezeichne ich die blauen und mit r die roten duplosteine am beginn hast du noch drei blaue und drei rote duplosteine also dreimal b plus dreimal r die kannst du dann in drei pakete mit jeweils b plus r aufteilen nachdem drei gleich große pakete vorhanden sind und sich an der gesamtanzahl der steine von beginn nichts geändert hat muss also folgende gleichung gelten dreimal b plus dreimal r ist gleich dreimal klammer auf b plus r klammer zu siehst du was der unterschied vom linken ausdruck zum rechten ausdruck ist genau aus der summe drei mal b plus drei mal r kann die zahl 3 herausgehoben werden der grundgedanke beim herausheben ist demnach eine summe beziehungsweise differenz in ein produkt umzuwandeln dabei wird nach gemeinsamkeiten in den beiden summanten gesucht das werden wir uns jetzt an einer aufgabe noch einmal anschauen angenommen es ist folgender ausdruck gegeben 5x plus 5y kannst du eine gleiche zahl oder eine gleiche variable finden dann ist es möglich diese aus beiden summanten herauszuheben und vor die klammer zu beschreiben genau nachdem sowohl beim x als auch beim y die zahl 5 steht kannst du diese herausheben du erhältst dann fünf mal klammer auf x plus y klammer zu jetzt wirst du dich natürlich fragen warum haben wir das ausmultiplizieren von termen wiederholt das erkläre ich dir jetzt wenn du die zahl 5 wieder mit dem x und dem y in der klammer multipliziert dann kommst du auf den original ausdruck somit kann das aus multiplizieren als umkehr operation zum herausheben bezeichnet werden und ist eine gute kontrolle um deine eigene rechnung zu überprüfen jetzt versuchen wir das herausheben an zwei aufgaben noch einmal gemeinsam durchzuführen sie dir die erste aufgabe 3 a plus 2 a b an und markiere die gemeinsamkeit richtig die einzige gemeinsamkeit ist die variable a nun geben wir das a aus beiden summanten heraus und schreiben es vor die klammer wir können dann schreiben a mal klammer auf 3 plus 2 b klammer zu nun sieh dir die zweite aufgabe 8 j plus 8 k an und markiere die gemeinsamkeit richtig die einzige gemeinsamkeit ist die zahl 8 nun heben wir 8 aus beiden summanten heraus und schreiben sie wieder vor die klammer damit du dir die wichtigsten informationen aus meinem video besser merkst habe ich hier noch ein kurzes fehlerquiz vorbereitet wir haben folgende aufgaben gegeben 6 u plus 6 v ist gleich 6 mal klammer auf u plus 6 v klammer zu und m e plus m f ist gleich m mal klammer auf m e plus f klammer zu findest du die fehler pausiere dazu das video und versuch die aufgaben zu lösen genau aus dem ausdruck 6 u plus 6 v kann ich die zahl 6 herausheben jedoch muss dann hier nur 6 mal klammer auf u plus v klammer zu stehen wenn ich die zahl 6 heraushebe dann darf sie natürlich nicht mehr in der klammer vorkommen bei der zweiten aufgabe wurde das m richtig herausgehoben jedoch darf es dann rechts nicht mehr in der klammer dabei stehen ich hoffe du hast die vorgehensweise beim herausheben jetzt besser verstanden und konnte es dir etwas aus meinem video mitnehmen wenn du wissen willst was die darstellungsform einer zahl mit dem herausheben zu tun hat und wie du eine variable aus einer variable mit potenz heraushebst dann schau dir mein basic video an ich will